Moment. Okay, ich bin der Maximilian, ich komme aus Österreich und bin hauptberuflich Mathematikprofessor. Daneben habe ich auch Ausbildungen in verschiedenen anderen Methoden, zum Beispiel dem NLP. Bin vor einigen Jahren auf die Bücher und Videos von Richard und Melissa gestoßen und habe heuer im Juni den Fundamentalskurs in Wien gemacht und jetzt bin ich hier bei der Magic und dem Fieldtrip. Meine Erfahrungen mit Matrix Energetic sind, dass das ein Feld aufmacht, in dem alles möglich ist. Ich habe an mir sehr, sehr viele starke, verschiedene Veränderungen bemerkt und bin eigentlich jetzt ganz neugierig, wie es weitergeht. Und vor allem auch bin ich sehr, sehr zuversichtlich und freue mich wirklich auf die unzähligen Möglichkeiten und Überraschungen, die auch das Leben für mich bereithalten wird. Und das, was vielleicht mir am besten an Matrix Energetic gefällt, ist die Leichtigkeit, das Spielerische und der Spaß. Kurz zusammengefasst kann ich es jedem empfehlen, in die Matrix einzutauchen und das Spiel mitzuspielen. Danke. 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 Danke.